Ich bin 1978 in die Fraktion gekommen, als ganz normales Mitglied. Ich bin 1999 Fraktionsvorsitzender geworden, in der Nachfolge von Ruth Wagner. Das war eine spannende Zeit, weil wir Bestandteil der Koalition waren mit Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Ja, 2017 wurde ich Fraktionsvorsitzender. Das war eine ganz schwierige Zeit. Wir waren im Bundestag nicht mehr vertreten. Ich habe die hessische FDP damals erlebt in der Opposition, in einer Koalition mit der SPD und in einer mit der CDU. Und dann der damalige grüne Fraktionsvorsitzende war, glaube ich, schon Tarek Al-Wazir, sagte, ach, Frau Wagner, kriegen Sie jetzt auch schon Schwarzgeld im Koffer? Ja, sehr von sich überzeugte, zu Recht von sich überzeugte Persönlichkeiten, die alle ihren eigenen Kopf hatten, die zusammenzuhalten, war eine spannende Aufgabe. Der Fraktionsvorsitzender hat das größte Büro, ist am wenigsten da. Und die Mitarbeiter, die sitzen nachher zu zweit im kleinsten Büro. Und man sieht, die Arbeitswelt verändert sich. Und das wollten wir einfach auch zeigen, dass das in der Politik geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017